So, ich wollte einen Quad holen. Nein. Was hast denn du da? Warum? Lässt du mich zu dem Typen holen? Arschloch. Ja. Sehr schön. Ich habe nur gewartet, bis er nachgeladen hat. Da ist noch einer. So, jetzt ist die Frage, warum ist hier auf einmal keine Zone mehr? Ich hole ein neues Auto. Hör auf! Wer zuerst da ist. Boah, den hast du auch noch, cool. Ja, da ist noch einen. Okay, Farid. Dein Stricher. Ach, du hast Recall.